Hi Leute, vorhin sehen wir gerade alle Accessoires bzw. Hüllen, die wir für das Huawei S&P 6 bekommen können. Das ist beispielsweise das Flip Cover, wie man das so nennen möchte. Die Rückseite lässt sich einklappen, wie habt ihr schon gesehen. Ist ein Lederlook, sage ich jetzt mal. Sieht ganz schick aus. Das ist das zweite Case, das ist so ein, ja ich sag mal, oben und unten drauf Stück Ding. Kann ich nicht genau erklären, ist so eine Art, ja nennen wir es mal Case oder Bumper. Dann haben wir noch diese üblichen Silikonhüllen. Silikon, das sieht man jetzt, wenn ich es mal ein bisschen zusammendrücke. Ja, was soll ich da großartig zu sagen, ne? Ich glaube, ihr kennt diese Silikonhüllen. Fühlt sich ganz gut. Dann dürft ihr schon einen kleinen Schutz bieten, aber kein Vergleich zu anderen großen Cases.